Moin! Nicht gleich wegschalten. Lass ein Like da, ein Abo da. Hast du gemacht? Nein? Das ist auch in Ordnung. So, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Wir sind jetzt kurz vorm Blutmond. Wir haben jetzt Tag 6. Warte mal. Spiel Sound? Diesmal nimmt er auf. Okay. Und wir sind jetzt dabei, uns quasi vorzubereiten, die Basis noch ein bisschen aufzuwerten. Das wird nix, ey. Das wird nix. Nö, absolut nicht. Also ich bin da auch skeptisch. Das wird verkacken in eins, ey. Ja, ich gehe auch schon stark davon aus. Wir haben ja jetzt hier draußen, haben wir jetzt die Gitter fertig. Also wir könnten rein theoretisch mit dem Bogen schon mal nach unten schießen. Ich würde gerne einmal auf die andere Seite des Sees, wo dieses Camp war, da nochmal looten und wo die Hütte war, wo mein Rucksack ist. Weil da ist noch eine Eisenpicke drin von mir. Das machen wir aber, wenn es hell ist. Genau. So lange würde ich auch sagen, bauen wir hier noch. Haben wir noch Steine? Ich würde gerne die Säulen unten noch aufarbeiten. Eigentlich habe ich Steine gesammelt, ein paar. Äh, nee, andere Steine meine ich diesmal. Oh, du hast ja fast 500 Steine gesammelt. Ja, ich habe auch diese Pflastersteine gesammelt. Wann hast du das Metallgedünns hier abgebaut? Ich war drüben in diesem... Was ist das? Die Werkstatt da hinten. Nein, das hier. Äh, was hier stand? Da. Hä? Gestern, wo ich zu dir gesagt habe, ich baue das ab? Wow. Das ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Dauert doch nicht lange. Ja, doch. Äh, äh. Ich habe hier so einen Clownhammer. Ich mache fünf Minuten, dann war das schon weg. Oh, damit geht das viel schneller mit den Aufwerten. Was denn? Äh, ich habe so einen Clownhammer gefunden gehabt. Und mit dem geht das Aufwerten schneller als mit der, ähm, mit der Axt. Dann brauche ich nur zwei statt drei Schläge. Nice. So, die Säulen haben wir jetzt auch schon mal aus Stein. Jetzt die Frage. Also wir brauchen hier unten auf jeden Fall auch noch eine Tür drin, ne? Hm. Hm. Ich gucke mal, ich habe gar kein Holz, ne? Doch. Warte mal, wenn ich eine Tür bauen möchte, eine gesicherte Holztür. Dann brauche ich nur Holz. So. Ähm. Ich hätte die Tür gern von der Außenseite. Mit Eisen kann ich die noch weiter aufwerten. Ach ja, ich habe hier die Treppe abgebaut hier. Oh. Oh. Wann ist denn das passiert? Wann ist denn das passiert? Äh, gerade oben. Gerade unten. Wo? 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 Ich sehe die nicht. Okay, die nächste Möglichkeit, da bräuchte ich eine andere Tür für. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm. Na ja, äh, bauen. Bauen. Ich habe jetzt mal 40 von diesen Spikes gemacht. Die wollte ich schon mal hinten im Garten platzieren. Da muss ich erstmal nicht mehr hin. Aber die muss ich bestimmt später wieder abbauen. Ich wollte die einmal um den Turm drumherum setzen. Weil ich hoffe, dass die, ähm, also ich gehe davon aus, dass die ja rundherum angreifen. Und ich hoffe, dass die quasi hier dran sich die Zähne ausnagen. Oh. Was war denn das? Weiß auch nicht. Was hast du? Was hast du? Was hast du? Ich weiß nicht, hast du. Jasmin? Ich gehe mal nicht davon aus, dass die dabei gehen. Das hat ja so viel HP, das Ding. So. So, und ich gehe mal davon aus, dass die am ehesten hier an der Tür angreifen werden, weil die versuchen werden, reinzukommen. Eine Taste wahrscheinlich sehr gut erkannt. Ja. Oder? Das habe ich sehr gut erkannt, Jasmin. Wo kann ich das da nicht platzieren? Wie du doof bist. Äh? Ah, da war Holz im Weg. Holz im Weg. Jasmin. Jasmin. Da war Holz im Weg, Jasmin. Da war Holz im Weg und deswegen konnte ich das nicht platzieren, Jasmin. Sorry. Kein Bock auf deine Story. Sorry, kein Bock auf deine Story. Digga. Wie hießen denn die komischen, was ich eben gemacht habe? Holzstachelfalle. Ähm. Ich habe jetzt also, ich würde sagen, 35 könnten reichen. Keine Ahnung. Und davon ganz schön viel. Ja, ich habe, ähm, keine Ahnung. Das wissen wir alle. Oh, ich habe kein Holz. Ich habe meinen. Ich habe meinen. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen sammeln. Holz, Stein. Holz schon wieder? Ja, ja. Alter, wie viel Holz soll ich denn jeden Tag sammeln hier für dich? Ja, das, das geht nun mal drauf. Ja, du gehst gleich drauf. Ja, ich laufe gleich in meine eigenen Spikes. Hm. Und dann werde ich... Wenn wer? ... auf einen qualvollen Heldentod sterben. Als Berserker. 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 Ähm, ich wollte einmal hier was aufbärden. Warte mal. Ach doch, ich auch, aber ich kriege das nicht hier mit, das Steine. Ja. Nee, das meine ich nicht. Ich wollte einmal was heile machen. Weißt du, was ich meine? Mmh, mmh. Gott, jetzt muss ich auf die Spikes warten, bis ich meine Axt wieder habe. Aber dann kann ich die ja auch nicht reparieren. Kannst du wohl nicht. Das kann ich wohl nicht. Wieso ist die Kiste so komisch? Hm? Welche? Ich bin gerade maximal bescheuert. Hä? Naja, alles gut. Ich glaube nicht. Ich bin nur gerade nicht in der Lage, hier das zu tun, was ich tun möchte. Hast du jetzt nichts Neues? Erzähl mir was Neues. Okay. Ich kriege jetzt absolut das hin, was ich tun wollte. Äh. Das glaubst du mir nicht, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Äh, allen. Weil so viel Stein haben wir ja noch nicht. Aber egal. Noch nicht. Wir hatten mal richtig viel. Hm, ja. Hatten wir das? Ja, ich hab ganz schön viel gesammelt. Hast du das? Ja. Äh, wo hab ich das jetzt hingepackt? Oh, oh. Entschuldigung, Herr Nasemann hat sich gemeldet. Grundheit. Danke. So, ich snack jetzt das hier. Oh, wir brauchen auch wieder Fleisch und so ein Kram. Wir brauchen alles. Oh. Wir könnten sechs Kartoffeln kochen. Mhm. Wie viel Wasser brauchen wir denn für eine gekochte Kartoffel? Kartoffel. Haben wir keine gekochte Kartoffel? Gekochte? Hm. Ich gebe mal Kartoffel rein. Du bist ne Kartoffel. Ah, gebackene Kartoffel können wir machen. Dafür brauchen wir nur Kartoffeln. Das ist ja geil. Das ist ja praktisch, Jasmin. Guck mal eben, Wasser. Wieso ist denn der Brennstoff hier schon wieder alle? Im Brennstoff? Im Ofen? Keine Ahnung. Da hat doch irgendwer das Feuer wieder angelassen über Nacht. Ich hab da gar nichts angelassen. So, ich gehe mal auf Tour, ne? Bis. Wiedersehen. Ach, kacke. Ich wollte ja was essen. Äh, ich bin ins Wasser gefallen. Das ist gut. Oh, warte. Die kann ich auch heile machen. Ich bin voll in Wasser. Ne, ich hab keinen Stein. Bin hier voll abgesackt. Abgesoffen. Scheiße. Ja, scheiße. Jetzt mal. Bin ich wieder nass, ey. Ach. Nice. Du alles Luder. Du Sau. Äh, bitte? Danke. Jetzt mal Seefältchen machen müssen, wa? Ach, das würde ausdauern. Das ist ein Krampf. Hast du hier gebuddelt? Hm? Ah, ne, hier hab ich Kohle abgebaut. Wieso ist die Kohle hier so wenig? Das ist nur Stein. Hm. Jetzt hab ich aber wieder ein paar Meter zu laufen, wa? Wir müssen hier mal irgendwann eine Brücke über den See bauen. Ja, mach mal. Ja, erst wenn die Basis fertig ist. Leere Vogelnister. Kommen die noch eher rüber. Ich baue diese Brücke, um unsere Welt mit eurer Zivilisation zu verbinden. Ob das wir miteinander gut auskommen. Lach doch mal, Jasmin. Das war lustig. Was ich dir immer sagen muss, wenn was lustig ist. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin so doof, ich heiße Patrick. So. Ja, ich fäll hier mal einen Baum, wa? Der ist ja sowieso voll kaputt. Aber erstmal brauche ich ein bisschen Auslauer. Ich hab immer noch Hunger. Was stimmt mit diesen Typen? Ich hätt mal als Charakter so einen richtigen Lauf machen sollen. Weißt du, so Streichhölzerarme, ne? Der keinen Energieverbrauch hat. Meine ist auch ständig am Hungern hier. Die ist auch fett. Ja, die hat halt einen guten Stoffwechsel, ne? Mhm, die bin ständig in Gange. Weißt du, wer noch einen guten Stoffwechsel hat? Ein Schneider. Oh, oh, oh. So flach. Der war so schlecht, dass ich nicht gut bin. Au, oh, oh, oh. Mir ist ein Baum auf den Kopf gefallen. Das erklärt alles. Ja, definitiv. So, jetzt will ich ja noch meinen, ähm, meinen Rucksack will ich ja nochmal ran. Ich hab da so eine Eisenspritzhacke drin. Wir können die auch selber herstellen, aber brauchen wir nicht. Und ich glaube auch, die war Stufe 2. Also schon was Besseres, ne? Oh, jetzt stöhnt der hier rum, weil der Durst und Hunger hat. Ich hab nur zweimal trinken und gar nichts essen. Ja. Zweimal trinken, also jetzt nur auf einmal trinken und gar nichts mal essen. Achso, hier, mach mal I. Du bist ab jetzt mein Freund. Nee, Gruppe? Hab ich doch. Nee, du hast nur Verbündete. Hab ich das? Äh, warte mal, wie nehm ich nochmal alles? So. Achso, Gruppe. Ja, ja. Jetzt sind wir auch in einer Gruppe, mein Freund. Hm. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel jetzt schon mich erschrocken habe. In diesem Spiel. Böser Junge. Böser Junge. Geh an deine Hausaufgabe. Bitte nix von Hausaufgaben erwähnen, danke. Oh, ich hab, wieso hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Oh, hör auf. Das ist, das löste mir was aus. Weißt du, was meine Lieblingshausaufgaben sind? Religion. Oh, hier sind zwei Zombies. Du siehst aus wie ein Mathelehrer. Du wie eine Religionslehrerin. Temperament habt ihr wie mein alter Sportlehrer. Ha. Dann hat euch glatt das Mining gesprengt, ne? Gleich Kopf gesprengt, doch. Ist hier platzt. Ey, Dose, Dose. Überall Dosen, leere Gläser. Und nix. Oh, vergammeltes Fleisch. Endlich mal ein bisschen Nahrung. Oh, hier haben wir noch ein Bilkney. Oh, 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 oh. Hier muss ich aufpassen. Kann ich sowas auch herstellen? Das sind doch... Wie Fallen, ne? Ich weiß ja nicht, was du da hast. Ähm, so Fußboden. Und wenn du da rüber gehst, bricht der ein. Also bestimmt, wenn wir Löcher buddeln und da was drüber machen. Nee, äh, auf dem Balkon. Also es wäre ja praktisch, wenn du ein Zombie... Wenn du quasi einen Weg vorfertigst, den er gezwungen ist zu gehen. Und der würde regelmäßig einstürzen. Weißt du, was ich meine? Hm. Oh, kann ich nix nehmen. Es wäre eigentlich genial. 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 Ich hab zwei Blatt Klopapier. Weil ich schon mal kacken muss. Wir sind gewappnet. In den Blättern. Ich hätte sonst auch noch dreckige Lumpen. Ja, oder sowas. Ja? Die können wir uns ja teilen. Ich nehme die Vorderseite, du die Rückseite. Okay. Ekelhaft. Widerlich. Der Dude. Boah, das hat 10.000. Aber ich bin der Meinung, dass es was drin ist. Boah, das dauert mir so... Das dauert nicht so lange. Ich bin doch jetzt voll gewappnet, Jasmin. Ich hab hier 1.200 und bin gleich fertig. Was, 1.200? Ja, der Bob. Ja, ich hab hier insgesamt 10.000. Und keine Ausdauer. Nee, das dauert mir zu lange. Ausdauer hab ich auch nicht. Das ist es mir nicht wert. Boop. Boop. Komm. Klopp, klopp. Wer ist da? Klopp, klopp. Wer ist da? Oh, ich liebe es, blöd zu sein. Weil du es jeden Tag bist, ne? Ja. Das fällt mir leicht. Ich hab hier nochmal Pfeilspitzen aus Stahl. Und 21 Holz hab ich mal eben abgebaut. Aus einer Mülltüte. Und ich hab hier nochmal Kieselsteinchen. Beste. Mhm. Beste Leben. Das kann ich nicht brauchen. Ein Rohr für den Arbeitsaufwand. Das ist ja frech, ne? Aber ich brauch die Rohre. Das ist ja frech, ne? Das ist ja frech. Gibt ne Anzeige. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Soja nicht, ne? Soja? Soja. Also Soja-Bohne nicht, ne? Oh. Kann man zumindest durchgehend prügeln hier. Endlich wieder das vernünftige Wasser hier, ey. Oh, hast du Foss? Ah. Kennst du nicht von Kindsköpfe? Haben sie auch Foss. Achso, ja, ja. Oh, hier ist noch ein Kellereingang-Ausgang. Guck ich da nicht so ran? Fauler Müll. Faules Fleisch. Ja, das Haus hat sich jetzt nicht so bewährt. Also nicht gelohnt. Oh, hier ist noch eine Werkbank. Warte mal. Öl und Blei. Warte mal. Was soll ich denn warten? Ne, dass ich da mal reingeguckt habe. Ja, mach doch. Und hier ist nochmal fauler Müll. Warte mal kurz. Nö. Ich laufe jetzt weiter. Nein, bleib mal kurz stehen. Ich hau hier eine Pallete. Warte, ich mach doch. Mach doch. Du hast auch keine Geduld mit mir, ne? Okay. So. Uh. Oh, hier haben wir nochmal verrottenen Müll. Oh. Ich habe hier Blei, mechanische Teile, Lehm und Klebeband. Das war jetzt ganz schön lecker. 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 infiziert siehst. Gerne mitnehmen. Ja, ist mir klar. Meinst du, wir können, so, hier laufen mehr Hühner rum, ne? Ja. Meinst du, das geht, dass man die irgendwie einfängt, einsperrt und die legen dann jeden Tag Eier? Das brauche ich nicht. Also, ich lege gegen ein Tachenei. Ja. Cool. Danke für die Einfach. Gerne. Ich habe nochmal so einen Strahlenentferner. Hier kann ich Schnee herholen. Aus Schnee machen wir Wasser. Oder? Oh, warte, 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 warte. Mensch, ich bin doch viel besser ausgestattet. Pflanze mal ein paar Bäume. Da ist ein Zombie. Also, ich habe jetzt 1245 Holz gesammelt schon wieder. Den letzten pflanze ich bei uns. Wie viel? 1245. Oh, das ist gut. Oh, da war ein Zombie baden. Endlich mal jemand, der auf seine Hygiene achtet. Letztens hat mich ja einer angegriffen, als ich im Wasser war. Ich bin mir halt nicht sicher, wie viel da drin ist. Bist. Bist. Au! Au! Oh! Ach, da unten. Kleiner Kriecher. Boah, der hat mich noch mal erwischt. Nein. 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 Auf die Füße. Äh. Äh. Muss ich so brechen gerade? Nee, der hockt sich hier hin und versucht irgendwie durch die Tür zu krabbeln. Durch die Hüte oder so. Jetzt bleib doch mal hier. Der ist immer durch die Tür gebacken. Da ist noch was drin. Oh. So, was können wir denn hier draußen noch? So, Kiesel, Stein. Nee, warte, warte, warte. Erstes Holz, ne? Oh, ich sehe einen Huhn. Aber ich habe nichts zum Schießen hier. Ja, hol doch mal der Axt drauf. Das ist zu weit weg. Ich laufe hinterher. Ich bin gerade am Looten. Ah, Eisen, Eisen, Stot. Na, endlich mal was zu futtern. Kann ich mir gleich rein snacken. Ich habe nochmal Benzin, ne? Benzin. Benzin. Und Kieselsteinchen. Also Pflastersteine. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, Aua. Du machst mir die Tür nie auf. Hör. Nehmen wir meinen Knüppel. Ich hält ihn hoch. Hör. Hallo, Sir. Ich muss eine Herzmuskelmassage durchführen. Komm wieder zu dir, Sir. Das hat nicht funktioniert, Yasmin. Er ist voll losgegangen. Alter, schon wieder Hunger hier. Ich glaube, nee. Kannst du ruhig glauben. Der sagt das ja. Ich meine hier... Ich weiß, was du meinst. Nein, weißt du nicht. Ich mache doch nur Spaß. No, das kann ich irgendwo her entsprechen. Ich habe schon wieder Hunger. Oh, Mais. Ne, Erbsen. Erbsen. Ich habe ein bisschen vegan ernährt jetzt. Ein leerer Kühlschrank. Oh, trinken. Ich bin überladen und habe Hunger. Das ist doch wohl ein Witz langsam. das sind jetzt zwei da ihr kleinschlaf ich habe hier eingesperrt gemacht heimlich vielleicht dann noch ein bisschen mittelstift und du auch geklopft ist zombie hat mir erschrocken ein leerer schau mal einer an sag mal soll ich zement auch mal mitnehmen wenn du alles gebrauchen ja grundsätzlich schon gleich mal was ich hier in bären kann aus meinem inventar das wasser oder hier die 20 blatt papier ich habe hier auch noch so eine notiz von juke muss erst mal das alles weg bringen das ist okay nicht so das passt erst mal soweit ach ich habe die reparatur kids auch mitgenommen das war ja nicht schlau bin nur ein überladen das geht hab denn zwar durchgeht hunger aber soll ich dir helfen mein freund klopp klopp wer ist da in dein gewicht oh den hat er auch unten auch schon fast zwei von zehn das ist ja nicht sehr stabil so hier war ich noch wo ist denn dieses komische lager mehr stein kriege ich davon auch nicht wieso bin ich denn jetzt zwei überladen was habe ich denn noch mitgenommen ach so die pfeilspitzen schnee rezepte yoga saft smoothie und trübes wasser kann ich damit machen könnte ich fünf herstellen theoretisch aber im feuer ne was können wir denn hier noch kann mit davon einmal einen gönnen was habe ich denn da gesoffen meine sicht ist so viel bier oh je ich glaube ich habe einen im tee kannst du ja gar nichts habe ich habe ein bier gesoffen ich sehe nur noch ich sehe nur noch verschoben ich bring dir nachher ein bier mit was hast du denn hier alles gebaut ich bring dir nachher ein bier mit das musst du probieren wir haben doch noch bier hier echt trink mal eins ich will jetzt erst mal was kochen hier wenn ich ich bin voll blöd jetzt noch für 20 sekunden ja schön du bist immer blöd nein nur für 20 sekunden ich schmeiß mal den bauner das ist nicht das leben jetzt bin ich nur noch ein überladen habe ich hier gesammelt messing heizkörper so messing heizkörper ja die können wir einschmelzen im open es gibt richtig viel messing guten tag es ist dass ihr grundstück ich wollte hier nicht glauben so hartnäckig der grüne hier haben jetzt über 3000 holz das wäre jetzt aber knapp gewesen das ist voll gut ich bin jetzt ein bisschen mehr überladen als eben noch eventuell bin ich jetzt sogar vier überladen blei habe ich so das habe ich mitgenommen bin mir gar nicht sicher war letztes mal hier noch irgendwas was ich nicht mitnehmen konnte vielleicht wieder diese spitzen hier blei habe ich auch gesammelt ne können wir auch einschmelzen im ofen fünfmal bist du auf loot tour hä ich hab holz gehackt und so und hab steine und so das ist sehr gut gut gemacht wenn du kohle leben wenn du kohle finden solltest die würde ich auch nehmen ja ich gehe gleich noch mal ich wollte das mal wegnehmen was essen neben haben wir jetzt über 400 ich glaube immer hier das feuerholz ich habe nachher was für dich wirst du wahrscheinlich wieder nicht nutzen wie alles andere was ich hier bringe aber es ist rein theoretisch gut das stein brauche ich ja ein paar wieso hatten das ding 500 hp xp kein honig kein honig immer noch kein honig was haben wir denn jetzt nicht mehr zerstörte chemiestation nja essen und co haben wir nicht viel dass wir also wir müssten echt mal essen holen ich will jetzt hier trotzdem einmal wasser abkochen ich würde ja essen mitbringen aber ich habe so ich habe so das problem dass ich jedes mal wenn ich hier essen finde das essen muss einmal fleisch ich möchte nicht behaupten dass ich kürzlich bin aber ich bin jetzt sieben überladen können wir hier noch irgendwas mitnehmen wieso kann ich denn das jetzt nicht kochen sag mal 15 prozent mehr stahl warte mal nehme ich dafür die und dann verändern und kann ich hab doch hier einen grill und einen tauch jeil dann kann ich das hier noch das raffe ich jetzt hier aber nicht achso ja einmal zurück hier dann kann ich das hier tragen 8,7 dann habe ich das nämlich auch weg den bringe ich dir mit das ist wichtig aber ich habe nichts mehr zu essen ich könnte mir doch ein Bier gönnen wieso kann ich das jetzt nicht achso hä brauche ich noch zweimal fleisch um das kochen zu können hier oder was muss ich immer die anzahl haben ja da steht immer wie viel du hast und wie viel du brauchst rein theoretisch scheiben kleister ist da wohl der grütze hier oder was ey was ist das für eine scheiß grütze specks nochmal boah was ist das denn was soll ich denn jetzt essen hier den ganzen tag gibt es hier nichts zu fressen verarschen oder was dann muss ich das ja hoch fressen ey ich habe nicht genug ausdauer jasmin ja ich würde gerne noch weiter looten aber ich bin halt voll und hungrig ich habe zwar jetzt hier die meiste ich gesammelt habe noch vier stück habe ich gegessen aber ich mache mich mal auf den rückweg lieber in bindeseile hier haben wir noch zweimal holz ist das eine leere flasche stein kann ich mitnehmen steine sind immer gut und dann haben wir sowieso eine tasche so 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 Tee. Eisen habe ich doch auch in der Tasche. Den können wir doch mal ausprobieren, wie viel Ertrag das bringt. Stein und Eisen. Das ist sehr gut. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Stacheldraht nachher um die Bude machen. Das mit der Ausdauer ist echt so... krampft, ne? Oh, hier ist so eine Eisenmine. Den lasse ich mal noch. Damit ich die Stelle wieder finde. Ich dürfte vielleicht nicht zu lange brauchen. Ah, komm. Einen bauen wir ab hier. Zieh! Zieh! Einen noch! Ah, das war gut. Das gibt auch gut Eisen, ne? Ich muss erst mal nach Hause, falls ich jetzt verhungere. Oh, ein Stein. Und am besten ohne, dass ich mich hier irgendwie ständig von irgendwas ablenken lasse. Oh, ein Vogelnest. Ne, Federn. No, der ist wieder heile. Da auf dem Boot war ich auch nicht drauf, ne? Egal. Darf mich ja nicht ablenken lassen. Wir werden mal irgendwie wieder nach Hause kommen hier. Du, 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 du... Was ist das Rote? Du, 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 du... Klopfer auf Stein. Obwohl, bei so einem Stein würde ich die auch gerne einmal ausprobieren. Marmel, ey. Den nehmen wir noch mit. Jasmin, ich leide Hungerqualen. Ich leide ganz andere Qualen. So viel ertragreicher finde ich das jetzt aber nicht mit der Mod. Ich habe nochmal Federn. Wieso finde ich denn keine Eier? Oh, ein Ei. Warum finde ich keine Eier? Oh, ein Ei. Ja, das, das Ding ist, ich darf mich halt hier von nix mehr ablenken lassen. Ich bin absolut voll. Warte, ich habe hier noch ein Vogelnest und noch ein Ei. Ey, ich habe doch eben gegessen. Jetzt will ich schon wieder essen. Ja, wir müssen uns mal richtig satt puttern. Habe ich das Gefühl. Also das, was wir am Anfang... Wie denn, wenn wir nix haben? Wir haben Kartoffeln. Ich habe... Das ist eine Kartoffel. Ne, ich habe Kartoffeln gemacht. Oh, du und deine blöden Fallen, Alter. Das ist, äh... Die sind so dicht an der Wand. Oder an der Hauswand, dass ich da selber gegengelaufen bin gerade. Ja, ja. Entschuldigung. Ja. Ja, total. Entschuldigung. Nicht angenommen. Total. Entschuldigung. Total. Ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch, ob ich noch lebend zu Hause ankomme. Ah, toll. Ich, ich hunger schon eine Weile, weißt du? Ah, kenne ich. Aber ich bin schon mal bei der Stahlbrücke. Also wenn ich sterbe, muss ich meinen Loot nicht so weit holen. Ich hau hier ein bisschen die Bäume an. Mein Magen knurrt halt in einer Tour. Ich kann sogar noch ein bisschen hüpfen. Naja, wenn das noch geht. Ja, ich bin auch nur neun überladen. Das ist die Gier. Ich sag's dir, die Gier. Die gieren dir. So, wir sind bei 37 Minütchen. Mhm. Denn du bist durstig. Äh. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Ihr lasst gern ein Like da. Ja, ich hab's ja schon erwähnt. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würd mich freuen. Bis dahin macht's gut. Ciao. Bis dahin macht's gut. 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 Bis dahin macht's gut.